Man kann nicht behaupten, dass die Welt, geschweige denn Deutschland, in den letzten Jahren vernünftiger geworden ist. Im Gegenteil, während durch Magazine und Folletons eine mehr oder minder krude Form der Kapitalismuskritik geistert, stürzt die Weltwirtschaftskrise viele Menschen in private Sinnkrisen. Weil die rationale Welt keine Antwort auf Krisen mehr zu bieten scheint, oder sie eben diese Krise gerade erst produziert, wenden sich Menschen irrationalen Weltdeutungen und Glaubenssystemen zu. Die Folge? Ein seit Jahren boomender Esoterikmarkt, der inzwischen ein Volumen von vielen Milliarden Euro angenommen hat. Wir vom Klärwerk wollen uns in der heutigen Sendung mit Esoterik und Irrationalismus auseinandersetzen. Was ist eigentlich problematisch daran, dass sich Menschen aufgrund individueller Entscheidungen ein spirituell irrationales Weltbild zurechtlegen? Und wie könnte eine Welt ohne Esoterik aussehen? Fragen wie diese wollen wir in der kommenden Stunde klären, unter anderem im Rückgriff auf Adornos Thesen gegen den Okkultismus und mit Hilfe der Buchautorin Claudia Barth, die wir für diese Sendung interviewt haben. Für die Entwicklung der Esoterik in der Moderne waren vor allem die Theosophische Gesellschaft und ihre Mitbegründerin Helena Blavatsky zentral. Blavatskys Theosophie war eine Verbindung von verschiedensten neuzeitlichen Kulten, diversen fernöstlichen Lehren und einer Rassenlehre, die von sogenannten Wurzelrassen ausgeht, von denen eine auch die arische ist. Vor allem Ende des 19. Jahrhunderts und zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatte Blavatsky enormen Einfluss auf die Entwicklung der Esoterik und diverse bekannte Persönlichkeiten, wie zum Beispiel auf den Begründer der Anthroposophie, Rudolf Steiner. Jetzt könnte man meinen, die Hochzeiten der Esoterik wären in einer weitestgehend technisierten Gesellschaft vorbei. Doch ist dem wirklich so? Klärwerk sprach mit Claudia Barth, die als Autorin diverse Bücher zur Kritik der Esoterik veröffentlicht hat. Der Boom des New Age ist mittlerweile jetzt ja seit gut 20 Jahren vorbei und auch die Nachwirkungen der Hippie-Zeit sind kaum mehr relevant. Kann man denn überhaupt noch davon sprechen, dass Esoterik ein aktuelles Phänomen ist? Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass Esoterik ein aktuelles Phänomen ist. Die richtige Blütezeit der Esoterik war ja, also ihr habt jetzt die Hippie-Bewegung erwähnt und in den 80er Jahren ging das dann so langsam los. Aber für die richtige Blütezeit, wo es auch in die Breite der Bevölkerung zu wirken angefangen hat, waren ja eigentlich die 90er Jahre. Und seitdem sind, ich sage jetzt mal die Umsatzzahlen auf diesem Esoterik-Markt riesig und das auch bis heute. Ich mache es an den Umsatzzahlen deswegen fest, denn es gibt keine verlässlichen Untersuchungen über diesen breiten Esoterik-Markt, also keine verlässlichen Zahlen. Aber es ist eine sehr marktförmige Religion, in der Menschen sich ihren eigenen Glauben aus einer breiten Palette von Angebot einfach selbst zusammenstellen. Das heißt, der Einstieg ist vielfach über Literatur, Lebenshilfe-Literatur, dann werden Seminare besucht. Und anhand dieser Umsatzzahlen kann man sich so ein bisschen ein Bild machen. Und nach Schätzungen hat dieser gesamte Psychomarkt in Deutschland einen Umsatz von bis zu 10 Milliarden Euro jährlich, also zwischen 5 und 10 Milliarden Euro wird von Experten geschätzt. Die großen Verlagsbuchhandlungen haben eigene Esoterik-Sparten, also zum Beispiel große Verlage wie Bastai Lübbe oder Ekon und List, Herder, Goldman, Bertelsmann, haben alle ihre eigenen Esoterik-Reihen. Also man kann bis heute davon ausgehen, dass ungefähr 20 Prozent aller Neuerscheinungen diesem Esoterik-Markt zuzurechnen sind und dass ungefähr 25 Prozent aller Bestseller der Bücher im Softcover-Bereich aus dem Bereich Esoterik stammen. Und insgesamt ungefähr 15 Prozent des Umsatzes im Bereich Esoterik erwirtschaftet werden im deutschen Buchmarkt. Also das heißt, es ist ein riesengroßer Markt da für diesen Bereich. Und du hast jetzt sozusagen das Medium erklärt, in dem Esoterik erscheint, aber wer vertritt denn in der Öffentlichkeit besonders offensiv so ein irrationales Weltbild? Also wer es besonders offensiv vertritt, der würde ich vielleicht als herausragendes Beispiel mal die Anthroposophen benennen. Die allgemeine anthroposophische Gesellschaft in Deutschland hat ungefähr 20.000 Mitglieder und hat Verbindungen bis in die höchsten Kreise der Politik. Das heißt, ganz viele etablierte Politiker oder Menschen im öffentlichen Leben, Schauspieler etc. sind Sympathisanten der Anthroposophen. Die kommen oft so relativ harmlos daher, Anthroposophie mit den Waldorfschulen, die ja auch dazugehören. Ist aber meines Erachtens die am stärksten ins öffentliche Leben gedrungene, beziehungsweise am stärksten finanziell unterstützte Esoterik-Gemeinschaft in Deutschland. Also ich kann mal so ein paar Namen nennen, wer die beispielsweise, welche prominenten Waldorf-Unterstützer es gibt. Also die Liste ist wirklich endlos. Ich fange mal an mit Walter Riester, ehemaliger Arbeitsminister, Bundeskanzler Kohl. Das sind Leute, die haben alle ihre Kinder selbst auf Waldorfschulen geschickt. Und die Elternarbeit ist dort ja sehr stark, sodass man da auch mit eingebunden wird als Eltern und das unterstützt. Karl Otto Pöhl beispielsweise, der heute Staatssekretär ist und früher Zentralbankchef war. Otto Schiele, der Innenminister, dessen Bruder, also der kommt aus einer hochrangigen Anthroposophenfamilie in Deutschland. Sein Bruder Konrad Schiele ist Chef der Anthroposophischen Freien Universität Witten-Herecke, zu der ich auch noch was erzählen könnte, die mit Staatsgeldern unterstützt wird. Also die Liste ist da wirklich endlos lang. Das ist eben nicht nur eine private Unterstützerliste, sondern die Anthroposophen haben ein riesiges Netzwerk an Unternehmen, die auch dazugehören. Also vielen ist bekannt, dass die Vileda Kosmetikreihe eine anthroposophische Reihe ist, dass der Chef von den DM-Märkten, der Götz Werner, ein finanzkräftiger Unterstützer der anthroposophischen Bewegung ist. Banken gehören dazu zur Bewegung, zum Beispiel die GLS-Gemeinschaftsbank. Wie stark das das öffentliche Leben prägt, kann ich vielleicht an einem Beispiel deutlich machen. Mit der Privatisierung der Hochschulen, die momentan stattfindet, gibt es ja auch immer mehr Möglichkeiten für die Wirtschaft dort einzugreifen. Das heißt zum Beispiel eigene Professuren, Stiftungsprofessuren an öffentliche Hochschulen zu setzen. Und zum Beispiel war bis dieses Jahr in Kassel-Witzenhausen an der Hochschule eine anthroposophische Professur, die gestiftet worden ist von anthroposophischen Firmen mit einer Summe von 1,1 Millionen Euro, einer C3-Professur für sechs Jahre. Dort wurden anthroposophische Grundlagen untersucht, wie sie in der Landwirtschaft einzusetzen sind. Also Homöopathie wurde dort auch getestet an Kühen etc. pp. und sehr dubiose Dinge, die dieses möglich gemacht haben, dass so eine rein esoterische Lehre an einer staatlichen Hochschule gelehrt wird, waren anthroposophische Firmen. Das heißt die Sponsoren waren zum Beispiel die Software AG Stiftung, die Alnatura GmbH sowie der Forschungsring biologisch-dynamische Landwirtschaftsweise. Und da sieht man einfach, was das für eine weite Verflechtung ist. Immer wieder ist in populärwissenschaftlichen Publikationen die Rede von den okkulten Wurzeln des Nationalsozialismus. Und auch Adorno konstatierte in seinen Thesen eine Ähnlichkeit von Okkultismus und Faschismus. Nicht nur im Bezug auf antisemitische Welterklärungen. Auch in den Lehren Blavatskis und Steiners finden sich diverse Äußerungen, die durchaus als rassistisch bezeichnet werden können, auch wenn das Anhänger der Anthroposophie und Theosophie vehement bestreiten. Doch hatte die Esoterik tatsächlich einen Einfluss auf den Nationalsozialismus oder handelt es sich um bloße Ähnlichkeiten von rationalen Weltbildern? Hierzu hört ihr die Buchautorin Claudia Barth. Verschwörungstheorien sind ja auch ein grundlegender Bestandteil in nationalsozialistischer Ideologie. Gibt es denn noch weitere Zusammenhänge zwischen Esoterik und Nationalsozialismus? Also in der Geschichte finden sich natürlich manifeste Zusammenhänge zwischen Nationalsozialismus, also Faschismus und Deutschland und dem Aufkommen esoterischer Theorien. Das fängt dabei an, dass Esoterik entstanden ungefähr in Deutschland parallel zur Reichsgründung, sich dann formiert und zu einer ziemlichen Blüte gekommen, dass diese Esoterik, wie sie sich in Deutschland entwickelt hat, von Beginn an sehr stark angereichert wurde mit nicht nur rassistischen und antisemitischen Konstrukten, die ich vorher schon genannt habe, sondern auch mit einer starken völkischen Denkweise, mit einer Bezug auf das alte Heidentum, aufs Germanentum. Damit sind sie natürlich d'accord gegangen mit den rechten politischen Beschreibungen, den Alldeutschen etc., die es zu dieser Zeit gab. Es haben sich dann esoterische Zirkel herausgebildet, zum Beispiel die Guido von Liszt-Gesellschaft, die sich im ganzen deutschen Bereich ausgebreitet hat. Aus denen ist organisatorisch in Bayern damals die sogenannte Thule-Gesellschaft hervorgegangen, die sozusagen sich liest von der Mitgliederliste her wie ein Hues Hues der späteren NSDAP. Und es ist auch ziemlich klar, dass diese Leute, die später in NSDAP sehr viel zu sagen hatten, dieses Gebräu an der Mystifizierung von einem Aria und Germanentum aus diesen überhöhten Rassetheorien rausgezogen haben, wie sie es dort vorgefunden haben in diesen esoterischen Zirkeln. Weiter ging es dann, dass ein Ableger von der Thule-Gesellschaft der direkte Vorläufer der NSDAP auch war, also organisatorisch gesehen. Also das sind so diese Manifestenzusammenhänge, die es gibt, aber von der Geistesgeschichte her, glaube ich, lässt sich das auch sehr stark aufdröseln. Also es ist meines Erachtens in beiden Bewegungen eine romantizistische Gesellschaftskritik, die zugrunde liegt, die angereichert wird mit der Vorstellung von einer rückwärtsgewandten Sehnsucht, also die Gesellschaft, die Moderne, der man etwas entgegensetzen möchte, an der man möchte Demokratie, Zivilisiertheit, eine neue Staatsform entgegensetzen. Und die speist sich bei beiden Bewegungen aus dem Hinwenden in die Vergangenheit, also in eine alte Ständegesellschaft, in eine stark oben und unten hierarchisierte Gesellschaft, in der das Volkstum, die sogenannte Ganzheitlichkeit, eine sehr, sehr große Rolle spielt und in der eben auch der Bezug auf vermeintliche Blutszusammengehörigkeit des Volkes und diese Nistifizierung der Herkunft von den Germanen, die eben damals schon gegen die moderneren Kulturen gekämpft haben sollen, eine ganz starke Rolle spielt. Also dieser gesamte heidnische Götterhimmel, der in der Esoterik um die Jahrhundertwende aufgebaut wurde, ist ja auch von den Nationalsozialisten so übernommen worden. Deswegen war es ja auch nach 1945 erst mal nicht mehr so leicht möglich in Deutschland, sich darauf zu beziehen, bis es eben jetzt mit der neuen Esoterikbewegung langsam wieder hochgekommen ist. Betrachtet man nämlich das Publikum bei esoterischen Veranstaltungen oder gar eine Esoterikmesse, so fällt schnell eins ins Auge. Es sind deutlich mehr Frauen als Männer anzutreffen, die sich für esoterische Weltdeutungen begeistern können. Allerdings fällt auch auf, dass wesentlich mehr Männer Protagonisten der Szenes sind. Allgemein bekannt ist auch, dass diverse Gurus und Anführer esoterischer Zirkel sexualisierte Gewalt über ihre Anhängerinnen ausgeübt haben und ausüben. Aber warum können sich so viele Frauen trotz dieser bekannten Tatsachen für Esoterik begeistern? Also die Beobachtung, die du gemacht hast auf der Esoterikmesse, stimmt absolut. Es sind ungefähr, kann man sagen, zwei Drittel der Konsumenten sind Konsumentinnen. Also ist die weibliche Form eigentlich die richtige in dem Esoterikbereich. Die Anbieter sind meistens eher Männer. Es gibt ein paar Erklärungsansätze. Ich habe noch keinen gefunden, der mich 100 Prozent überzeugt. Denn wenn man diese Bücher liest, kann man zur Einschätzung kommen, beziehungsweise kann Frau zur Einschätzung kommen oder bin ich zur Einschätzung gekommen, dass diese gesamte Esoterikszene ohne die Behauptung eines fundamentalen Unterschieds zwischen Männlichkeit und Weiblichkeit als zwei Ursprungskräfte des Lebens überhaupt nicht auskommen würde. Also steckt ja schon in diesem Yin-Yang-Zeichen drin, was ich so ein bisschen das Erkennungszeichen der Esoteriker immer nenne. Und da finden so ganz klassische Zuschreibungen statt. Die Frau, das Naturnahe, das Gebärende, Männliche, das Rationale, das Abstrakte, Intellektuelle etc. Und das setzt sich ja dann auch fort in konkreten Aussagen bezüglich Männer und Frauen, die also meines Erachtens dann schon so frauenfeindlich sind, dass es schwer zu ertragen ist. Aber in der aufkommenden Esoterikbewegung in den 70er, 80er Jahren war es beispielsweise so, dass ein Teil der damaligen Frauenbewegung durchaus für solche esoterische Überhöhungen von der angeblichen Weiblichkeit offen und empfänglich war. Denn in der Esoterik ist es eben üblich zu sagen, dieses neue kommende Zeitalter, das landläufig erratet wird von Esoterikern, wird das weibliche Zeitalter sein. Das männliche Gedankengut wird für alles Schlechte verantwortlich gemacht, was wir jetzt gerade auf der Welt so haben. Also Industrialisierung, Weltkammutmachen und so weiteres, Christentum, bla bla, sei alles männlich. Und das kommende wird das weibliche sein. Das ist jetzt für Frauen aus einer Frauenbewegung, die auf einer grundsätzlichen Geschlechterdichotomie bestehen und dann einfach mal das lange abgewertete weibliche aufwerten. Vielleicht was durchaus Erfreuliches und deswegen sind da einige auf den Zug aufgesprungen. Eine andere Erklärung, die es gibt, warum es bei Frauen so stark ankommt, ist der Unterschied, also wenn man mal zwischen Tauschwert und Gebrauchswert denkt, ist es so, dass Esoterik ein hohes Gebrauchswertversprechen an Frauen bringt. Also das bedeutet, dass sie das, was sie dort sozusagen erfahren und lernen, auch unmittelbar anwenden können für eine unmittelbare Verbesserung ihrer sozialen Beziehungen, ihres persönlichen Lebens, sich das unmittelbar eben niederschlägt und nicht ein abstraktes Kapital ist, was man vermittelt irgendwie für seine Familie wieder einsetzt, sondern eben sofort was zurückbekommen kann. Das sind so Theorien, aber es ist alles nichts, was mich auch komplett befriedigt, um diesen Effekt zu erkennen, den diese Esoterik auf Frauen hat. Es wird ja im Dezember ein neues Buch von dir erscheinen, und zwar Esoterik, die Suche nach dem Selbst im Transkriptverlag. Kannst du kurz skizzieren, welche Inhalte von Esoterik du da verhandelst? Dieses Forschungsprojekt, wo auch dieses neue Buch dann daraus entstanden ist, ist aus der Idee gewachsen oder aus der Gelegenheit erwachsen, dass ich viele Vorträge gemacht habe und dort immer auch esoterische Menschen zugegen waren. Und die sich das alles ziemlich ruhig anhören konnten und gesagt haben, das stimmt ja alles, was die da vorne über Karma erzählt, aber mein persönlicher Karma-Begriff ist ganz anders und deswegen fühle ich mich davon überhaupt nicht tangiert. Und da habe ich gedacht, irgendwas muss ich denn nicht erfasst haben, was die Menschen zur Esoterik hinbringt. Und dann habe ich angefangen, Einzelgespräche zu führen und die auch mitzuschneiden mit Menschen, die eben selbst esoterisch praktizierend sind und habe mir von ihnen erzählen lassen, wie sie dazu gekommen sind, wie sie das in ihr Leben integrieren, was ihnen das bedeutet, was sie da tun und so weiter. Und habe diese Interviews analysiert. Und da kam ich dann auf eine völlig andere Bedeutung, einfach nochmal, die Esoterik für die Menschen heutzutage hat. Denn niemand geht auf Esoterik zu, weil er sagt, ui, geil, eine Religion mit Antisemitismus und Rassismus drin, das ist ja überhaupt nicht der Antrieb von den Menschen. Sondern die haben mir in den Interviews, wie sie zu Esoterik kommen, erst mal ewig lange Zeit aus ihrem Arbeitsleben erzählt. Aus Momenten, in denen sie gescheitert sind, wo sie nicht mehr weitergekommen sind, wo ihr alter Lebensentwurf zusammengebrochen ist oder wo sie mit der Gesellschaft so aneinandergeraten sind, dass sie sich völlig von sich selbst entfremdet gefühlt haben und nicht mehr weitermachen konnten und eben gescheitert sind. Und erst an diesem Punkt des Scheiterns sind sie dann esoterische Wege gegangen, weil sie sie genutzt haben als Möglichkeit, sich selbst innerlich neu zu strukturieren, um sich wieder zu erden, um wieder weitermachen zu können, um wieder Erfolg zu haben. Das ist auch sehr stark verbunden mit einer moralischen Neubewertung von Ereignissen, die ihnen vorher Leiden verursacht haben, die sie jetzt in einen neuen Kontext setzen, Reframing würde man sagen, und denen eine neue Bedeutung geben, also eine neue Sinnunterlegung unter alle Vorgänge, sodass man damit Frieden finden kann, also innere Ruhe und inneren Frieden damit finden kann. Und auch sich selbst entlastet für das, was passiert ist, aber auch alle anderen, die möglicherweise, wo man vorher möglicherweise Gräuel gehegt hat, wie Kollegen sich verhalten haben oder wie die Welt gestaltet ist, Revisors Kriege gibt, einfach da eine sinnvolle Erklärung zu haben, die das alles gut heißt und die das alles annehmbar macht. Ich behandle da eigentlich sehr viel moderne Subjekttheorien, also im Prinzip wie die gegenwärtige Gesellschaft uns alle zwingt, uns innerlich zu strukturieren, um hier als Bürger voranzukommen. Also, dass wir einen inneren Zwiespalt aufmachen müssen zwischen dem sogenannten Privaten selbst, dass wir sind im Kapitalismus, das höchste Gut ist der private Bürger, und zwischen der öffentlichen Seite in uns, diese öffentliche Seite, aber im Kapitalismus immer nur entfremdet, gelebt werden kann, und deswegen ein großer Widerspruch aufkommt und so eine authentische Vergesellschaftung, die eigentlich alle anstreben, wo sich jeder irgendwo alleine fühlt in dieser ganzen Gesellschaft, trotzdem nicht gelingen kann. Und diese ganzen Widersprüche versuchen, esoterische Menschen auf eine spezifische Art und Weise zu lösen mit Esoterik. Subjektiv gelingt ihnen das imaginär auch ganz gut, denn sie haben bestimmte Techniken, um auch diese Isolation und Entfremdung nicht mehr zu spüren, sondern in einer jenseitigen, alle Einheit mit jedem und allem aufgehen zu können, um dieses Dilemma zu überwinden. Aber objektiv der Preis, das, den sie meines Erachtens dafür zahlen, ist eben die Aufgabe von sich selbst als der gesellschaftlichen Seite in sich selbst und sich selbst als gesellschaftlich gestalten, das Individuum zu setzen und eben auch die Preisgabe, die Gesellschaft überhaupt als veränderbare wahrzunehmen und eingreifen zu können und sich einfach nur noch auf sich selbst zurückziehen. Und gibt es insgesamt in der postmodernen eine neue Qualität von Esoterik, also jetzt mal weg von Rudolf Steiner und der Anthroposophie-Gesellschaft? Ich denke, dass es so etwas wie eine neue Qualität gibt. Das wird aber auch das Thema sein, was ich in dem Vortrag in Erlangen im Januar thematisieren möchte. Und zwar glaube ich, dass diese neue Esoterik in den 90er Jahren sich explizit dafür anbietet, dass Menschen mit den neuen Erfordernissen der Arbeitswelt, wie sie sich in den letzten Jahrzehnten herausgebildet haben, seit den 60er, 70er Jahren, also in Richtung mehr Subjektivierung, projektgesteuertes Arbeiten, Selbstverantwortung, ein Fallenlassen der Grenzen zwischen vormals privaten Bereich Kreativität und dem äußeren, verwerteten Anteil des Menschen, ein permanentes Auspowern, was heutzutage stattfindet, dass Esoterik da heutzutage Antworten den Menschen gibt, wie sie diese total erschöpfenden Anforderungen schaffen, durchzustehen. Also das ist sozusagen verhindert, dass Menschen da in der Depression abrutschen und aussteigen, sondern immer weiterlaufen in diesem Hamsterrad und sich immer permanent selbst motivieren können. Also das ist sozusagen, wie so eine kleine Exosidroge wirkt und immer wieder weitermachen zu können in dieser momentanen Gesellschaft. Als Ziel von Esoterik ist ja auch, es wird oft gesagt, man will dann irgendwie negatives Karma überwinden, aufsteigen auf eine andere Ebene und so weiter. Aber das spielt in der realen alltäglichen Praxis von Esoterik eigentlich bei den Menschen, mit denen ich gesprochen habe und die ich interviewt habe, die esoterisch praktizierend sind, eigentlich überhaupt keine Rolle, sondern geht hauptsächlich darum, diesen Alltag irgendwie gut zu bewältigen, sich erklären zu können, wo man Rückschläge hatte und wo man Leiden hatte und zu versuchen, sein Inneres so umzustrukturieren, dass man möglichst nicht mehr leidet und dass man einfach wieder Erfolg in dieser Welt haben kann. Also eine sehr stark diesseitsgewandte Religion. Das sind, glaube ich, schon neue Qualitäten von Esoterik. Man könnte es ja auch deuten, dass dann Esoterik den Menschen Sinngebung ermöglicht und Hilfe im Alltagsleben. Ja, das könnte man sagen. Warum ist das denn negativ? Das kommt darauf an, was man für Erklärungen entschluckt. Also eine Weltverschwörungstheorie bietet mir auch eine gewisse Erklärung der Zustände und einen gewissen Sinn, was ich sozusagen zu tun habe, also gegen die jüdische Weltverschwörung sein oder sonst wie. Aber es ist natürlich eine Form von Sinn, die ich da bekomme, die für mich kontraproduktiv ist, also aus meiner Sicht. Und das Problem ist in meinen Augen, dass esoterische Lösungswege, um mit der Misere klarzukommen, einfach in eine anti-emanzipatorische Richtung gehen. Also das heißt, in der Quintessenz, wenn man diese Theorien erstmal geschluckt hat, dass alles Karma ist, was anderen Menschen oder einem selber zustößt, dass man nicht mehr eingreifen muss, sondern das alles erdulden muss. In der Quintessenz verlernt man sich selbst als gestaltendes handlungsfähiges Subjekt zu setzen. Also das ist überhaupt nicht mehr vorgesehen, sondern das ist eigentlich nur noch ein Lernen, wie man die Zustände möglichst gut hinnehmen kann. Die Gesellschaft wird als reale Gesellschaft einerseits auch völlig ausgeblendet, weil sie eigentlich nur noch gesehen wird als das Richtige, was einem zustoßen kann, um darauf das individuelle Karma reifen zu lassen. Aber es wird nur noch als Theater Kulisse gesehen für das eigene Karma und nicht mehr als real im eigentlichen Sinne, dass man auch verändernd eingreifen sollte oder könnte. Dazu kommt noch eine absolute Individualisierung, die einhergeht mit esoterischen Theorien. Das heißt, dass nicht Wert darauf gelegt wird, mit anderen gemeinsam nach außen zu gehen, Gemeinsamkeiten zu finden, zu handeln, zu verändern, sondern ein totaler Rückzug auf das eigene Ich eigentlich nur mehr. Könntest du dir vorstellen, dass es eine Gesellschaft ganz ohne Esoterik geben kann? Und was wäre das für eine Gesellschaft? Für mich ist Esoterik eigentlich eine moderne Form von Religiosität. Insofern würde ich da eine Frage dahingehend erweitern, ob es möglich ist, dass eine Gesellschaft ohne Religion existieren kann. Und ich habe durchaus die Hoffnung, dass das möglicherweise eines Tages so sein könnte. Aber ich glaube, es müsste eine Gesellschaft sein, in der der Mensch die Möglichkeit hätte, nicht entfremdet zu leben, weil die Überwindung von Entfremdung ein ganz großer Dreh- und Angelpunkt ist, warum Menschen Esoterik machen hierzulande oder Religion machen. Esoterik im Speziellen, um Entfremdung und Selbstentfremdung zu überwinden und eine Gesellschaft, die es eben ermöglicht, den gesellschaftlichen Anteil des Menschen frei zu leben und auch die Selbstentfremdung aufzuheben, die derzeit da ist, ist für mich ein ganz großer Punkt. Was natürlich auch notwendig ist, wäre eine weitgehende Bildung und Aufklärung über Natur- wie sozialwissenschaftliche Zusammenhänge der Welt. Also ich denke, das verhindert in vielen Fragen auch verkürzten Theorien auf den Leim zu gehen, wenn man einfach eine möglichst breit gefächerte Bildung über Zusammenhänge der Welt hat. Und auch, was vielleicht im Zusammenhang mit der aufgehobenen Entfremdung steht, dass Menschen einfach auch dieses Ohnmachtsgefühl nicht mehr haben, das hierzulande auch zur esoterischen Religiosität führt. Also das heißt, eine ausgedehnte individuelle Handlungs- und Verfügbarkeitskompetenz. Das heißt, sich einmischen können, auch merken, dass man die Möglichkeit hat, etwas zu bewegen und sich einzumischen und eine individuelle Wirkungsmacht auch entfalten kann, um diese Ohnmacht, die aus der Entfremdung hier entsteht, nicht zu spüren. Also ich denke, Dreh- und Angelpunkt ist für mich da die Entfremdung, die überwunden werden muss. Und das heißt, wir sind die Erwartung, die Entfremdung hier in Richtung der Entfremdung, Und das heißt, Vielen Dank.